hallo hier ist euer peting man entschuldigt dass ich jetzt zur zeit keine videos rein stelle mein rechner ist mir gestern ja gestern ist er mir abgestürzt also nicht direkt abgestürzt aber king kong spiel von meinem bruder wollte ich drauf machen und da ist dann mein rechner wird sich dann vor einmal selbst wieder repariert und jetzt ist alles irgendwie ein bisschen verdreht an meinem computer jetzt tue ich wieder alles neu drauf machen wie meine ganzen programme camtasia und so weiter und eurotag eurotag muss ich auch wieder von vorne anfangen weil ja alles weg ist und ich versuche dann wieder eurotag reinzusetzen aber dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen vorausspielen weil ich möchte gerne dass er wieder von vorne alles mitkriegt wie alles ist und so also ich wollte nur sagen dass es tut mir leid dass es jetzt so gekommen ist aber ich versuche jetzt so schnell wie möglich wieder neue videos reinzusetzen ich hoffe ihr habt verständnis dafür ich wünsche euch noch viel spaß bei youtube und bis dann euer piercing man ciao